Ja wunderbar, es geht jetzt weiter mit der Frau, die nur mühker, schreibt als auch Bilder, Maltags, auch Gitarre spielen und singen kann. Jana Redflauer und Adrian, nicht zu vergessen. Jana Redflauer 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020